Heute ein sehr trauriges, aber sehr, sehr wichtiges Thema. Und zwar steht es im Raum, dass mit TPD3 in der EU ein allgemeines Aromenverbot für Wasserpfeifentabak beschlossen werden könnte. Das würde bedeuten, dass wir kein Traube mehr haben, kein Apfel mehr haben, kein Zitronen mehr haben, nichts, keine Aromen mehr im Wasserpfeifentabak. Wir haben aber im Moment noch die Möglichkeit, was dagegen zu unternehmen. Es gibt ein Public Hearing von der EU, wo ihr daran teilnehmen könnt. Und wenn euch irgendwas am Shisha-Rauchen liegt, dann macht das auch bitte. Also unglaublich wichtig, dass wir jetzt, wo wir die Gelegenheit schon mal haben, was zu sagen, auch unbedingt unseren Mund aufmachen. Und für mich persönlich mein absolutes Lieblingshobby beschützen. Ich habe das Ding auch schon ausgefüllt. Ich habe das aufgenommen, wie ich das ausgefüllt habe und zeige euch anhand von der Empfehlung vom Wasserpfeifenverband und von der ESCA, der European Shisha Community Alliance. Die haben eine Empfehlung rausgegeben, wie man das ausfüllen soll. Das ist so eine Empfehlung, das muss natürlich niemand so machen. Könnte man aber so machen, wenn das auch die eigene Meinung widerspiegelt. Das Wichtigste ist aber, am Ende hat man 500 Zeichen, um selbst einen kurzen Text zu schreiben, warum das absoluter Bullshit wäre, beim Wasserpfeifen-Tabak die Aromen zu verbieten. Und genau das habe ich einmal aufgenommen, wie ich dieses Public Hearing ausgefüllt habe. Wo ihr das findet, wie ihr das machen könnt, wenn ihr das auch anhand von diesem Leitfaden machen möchtet. Einfach einmal ein kompletter Guide und nochmal der Aufruf. Das ist unglaublich wichtig, dass wir alle mitmachen. Es sind schon einige Leute am Start, aber bei weitem noch nicht genug. Also nehmt euch 5 Minuten Zeit. Es dauert wirklich nicht lange. Gerade wenn man das mit dieser Anleitung macht, geht das ruckzuck und dann hat man das ausgefüllt. Und dann haben wir eine Chance, dass das nochmal abgewendet werden kann. Also deshalb nochmal ganz klar der Aufruf, wenn euch irgendwas am Shisha-Rauchen liegt, Freunde. Dann füllt das einmal aus und dann hoffen wir, dass es noch weiterhin ein schönes Shisha-Hobby geben kann. Ich zeige euch das jetzt. Wir gehen das einmal komplett durch. Ich fülle das auch direkt aus und bitte, bitte, bitte schickt das einmal an alle Leute weiter, die ihr kennt, die Pfeife rauchen. Ansonsten könnte es wirklich sein, dass es das in ein bis zwei Jahren für Pfeife war. Und scheiß mal auf das ganze Social-Media-Ding, könnte man jetzt natürlich sagen, das ist mein Job. Und es stimmt natürlich auch, aber Job finde ich auch neuen, auch wenn ich das nicht will. Aber es ist auch einfach seit 13 Jahren eine Leidenschaft von mir. Ich habe so viele Menschen darüber kennengelernt und ich will einfach weiterhin mit Leuten bei einer Pfeife und einer Runde Schach oder bei Gämmen oder einfach nur beim Quatschen und einem Tee zusammensitzen können. Einen leckeren Tabak rauchen, einfach ein Genussmittel, was ich mir selbst aussuche zu konsumieren in meiner Volljährigkeit, in meinem Dasein als erwachsener Mensch. Und ich will einfach nicht, dass das mir genommen wird. Und ich hoffe, das sehen einige Leute genauso und ich hoffe, ihr macht da mit. Und ich hoffe, dass ihr möglichst viele Leute überzeugt, da ebenfalls mitzumachen. Gut, wir gucken uns das einmal an. Es gibt folgende Website, die ist von der European Shisha Community Alliance, Save Our Shisha. Die EU hat eine öffentliche Konsultation eingeleitet, die sich auf die Shisha auswirken und Aromen voraussichtlich verbieten wird. Nimm dir 10 Minuten Zeit, um das Verbot von Aromen zu stoppen. Und hier ist eine komplette Anleitung Seite für Seite, was sie empfehlen würden, was man anklicken soll. Und genau das machen wir jetzt einmal zusammen. So, ich mache das am Computer so, dass ich mir einmal hier unter mir die Anleitung aufmache und auf der linken Seite habe ich jetzt die Seite von der EU. Wir sehen da einmal, der Call for Evidence ist hier schon geschlossen, aber wir können hier auf Public Consultation gehen und hier können wir eben noch reingehen und unsere Meinung dazu abgeben. Das Ganze läuft, wie gesagt, noch bis zum 16. Mai. Wir klicken dann einfach auf Go und dann sind wir drinnen. Und hier unten haben wir dann Responding to the Questionnaire. Und genau hier können wir dann eben auch reingehen. Müssen wir uns einmal mit einer E-Mail-Adresse registrieren und nochmal unseren Vorname, Nachname und die E-Mail bestätigen. Unten können wir dann nochmal unsere Sprache festlegen und dann können wir das Privacy Statement akzeptieren und klicken auf Create Account. Danach kriegen wir eine E-Mail zugesendet, die wir einmal bestätigen müssen. In der E-Mail haben wir dann einmal einen Link, auf den klicken wir und dann ist das Ganze bestätigt. Dann müssen wir noch einmal ein Passwort festlegen und das Ganze abschicken. Nachdem wir dann unseren Account erstellt haben, können wir hier auf Proceed gehen. Dann sind wir auf der Seite, wo wir den Fragebogen beantworten können. Wir haben oben eine kurze Einleitung, dann hier nochmal eine Definition, was herkömmliche Tabakerzeugnisse sind und neuartige Tabakerzeugnisse sind. Wir mit dem Wasserpfeifentabak fallen allerdings ins herkömmliche Tabakerzeugnis. Hier unten gebt ihr nochmal kurz eure Daten an. Dann könnt ihr hier einmal auf Öffentlich oder Anonym klicken, je nachdem, ob ihr wollt, dass man das einsehen könnte oder nicht. Es wird aber nur der Name, die Kategorie, das Land und der Beitrag veröffentlicht. Das heißt, es werden jetzt nicht irgendwie eure E-Mail-Adresse oder sowas veröffentlicht. Deswegen ist das für mich in Ordnung und ich mache Öffentlich und stimme hier noch zu den Datenschutzbestimmungen zu. Dann kommen wir zur ersten Frage und das ist, wie oft wir was benutzen. Also einmal die herkömmlichen Tabakerzeugnisse und einmal die neuartigen Produkte. Mein Konsum bei Wasserpfeifentabak mehrfach täglich, maybe? Geht auf jeden Fall nicht. Und dann haben wir noch die neuartigen Produkte, da bin ich gelegentlicher Konsument. Ich habe aufgehört zu vapen, aber ab und zu, wenn ich Auto fahre oder auf Reisen bin, dann vape ich schon noch. Deswegen gelegentlicher Konsum. So, haben Sie in den letzten 10 Jahren versucht, damit aufzuhören? Ich habe nicht versucht, aufzuhören. So, und dann kommen wir zu dem ersten Punkt, der auch von der Anleitung behandelt wird. Die Anleitung sagt mir jetzt, ich soll anklicken, weiß ich nicht. Und ich persönlich halte mich auch da dran. Also ich werde einfach nach dieser Anleitung vorgehen. Da haben sich Leute zusammengesetzt und haben sich die Antworten rausgesucht, die sie für richtig halten. Und dann arbeite ich mich einfach anhand dieser Anleitung hier einmal durch das ganze Dokument, lese mir natürlich nochmal durch. Ich will ja nicht lügen. Und dann klicke ich das an, was auf mich zutrifft oder was in der Anleitung steht. So, Richtlinien über Tabakerzeugnisse, weiß ich alles nicht. Habe ich noch nie gehört. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Habe ich noch nie gehört. Weiß ich nicht. Keine Antwort. Dann kommen wir zu Teil 2, Richtlinien über Tabakwerbung, Artikel 20, Absatz 5, Richtlinien über Tabakerzeugnisse. Und ab da haben wir dann wieder eine Vorgabe, was am besten ist. Das wäre Antwort 1 und einmal Nein. Und hier bei allem zu restriktiv. Auf jeden Fall. Ich will überall in der Stadt Shisha-Tabakwerbung haben. Haben wir gemacht, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Da nehmen wir auch alles in der ersten Kategorie. Einmal überall, überhaupt nicht wichtig. Dann haben wir den 2, da machen wir wieder weiß nicht, keine Antwort. Dann haben wir sonstige, sonstige, weiß ich nicht und sonstige. Geben Sie bitte an, welche Maßnahmen in Ihrem Land ergriffen werden, um das gesetzliche Mindestalter für den Kauf von Tabakerzeugnissen zu überprüfen. Da haben wir leider keine Vorgaben, deswegen fülle ich das jetzt nicht aus. Bei der nächsten Frage werde ich wieder weiß ich nicht slash keine Antwort anklicken. Haben junge Menschen ihrer Ansicht nach dann einmal ein Nein. Da müsst ihr auch aufpassen, dass ihr guckt, dass ihr manchmal hier bei den Feldern dann rüberscrollt, wenn ihr das könnt. Nicht, dass ihr dann hier so das letzte anklickt, wenn ihr das nicht wollt. Aber hier sind noch mehr Sachen. Also da auf jeden Fall aufpassen, je nachdem, wo ihr das Ganze eben macht. So, auf diese Frage habe ich auch keine Antworten. Klicke ich mich einmal so durch. Hier bin ich der Meinung, nein, die bestehenden Einschränkungen sind ausreichend. Klicke ich das einmal an. In der letzten Zeile allerdings nicht. Hier bin ich definitiv für Ja. Unten bin ich für Weiß ich nicht. Und in der nächsten Tabelle bin ich für Nicht relevant. So, die letzte Spalte aber nicht anklicken. Ansonsten kommt hier wieder der passende Abschnitt. Und das war es auch schon. Hier haben wir jetzt nochmal den Schlussabschnitt. Und hier können wir nochmal optional, aber für uns eigentlich das Wichtigste, und diese Dinger müssen gelesen werden, Möglichkeit, Digga, wirklich die Programmierung. Also hier müssen wir dann nochmal eingeben, unsere Meinung, euer persönliches Statement. Und auch dazu finden wir in der Anleitung verschiedene Vorgaben, beziehungsweise das heißt Vorgaben, verschiedene Punkte, die man da mit reinschreiben könnte. Ich würde euch da übrigens empfehlen, falls ihr euch Punkte hier raussuchen wollt, macht das nicht einfach alle von oben nach unten einmal durch, sondern pickt euch die Punkte, die für euch am wichtigsten sind und schreibt da gerade noch ein, zwei Sätze dazu. Aber jetzt nicht hier einfach Copy-Paste und alles da reinklatschen. Schreibt da einfach einen schönen Text. Und genau das mache ich jetzt auch einmal. Guter Tipp, einfach ein Unzeichen verwenden, dann hat man schon mal ein paar Zeichen gespart. So, mein Text ist fertig. Ich habe das Ganze noch ein bisschen überarbeitet, damit ich hier möglichst viel reinkriege in die 500 Zeichen. Aber mein Text ist, seit Jahren ist die Wasserpfeife mein Lieblingsgenussmittel. Sich mit Freunden eine Shisha anzumachen und über alte Zeiten und neue Ereignisse zu reden, ist ein schöner Teil meines Lebens, den ich nicht verlieren will. Ohne Arom würde es keine Shisha mehr geben, der Schwarzmarkt würde boomen und im Staat würden noch mehr Steuereinnahmen fehlen. Kriminalität wird gefördert und legale Firmen sterben. Ich hätte viele Freunde niemals kennengelernt und keinen sozialen Anker mehr. Klar, ein bisschen extrem ausgedrückt, aber ich glaube, das ist auch genau, was es dann braucht. Und so wäre mein Part fertig. Nur, dass ich dieses Feld noch ausfüllen muss. Persokontrolle. So, da steht jetzt leider nichts zu in der Anleitung, aber da könnt ihr einfach reinschreiben, was euch einfällt. Und so wäre mein Part fertig. Dann klickt ihr unten noch einmal auf Abschicken und dann habt ihr auch die letzten 42% noch. Und das ist alles, was ihr machen müsst, um euren Teil dazu beizutragen. Ihr könnt das Ganze übrigens auch noch runterladen. Ich habe gehört, dass da irgendwelche Gewinnspiele kommen sollen, für alle, die sich da dran beteiligen, alle, die da mitmachen. Also ladet euch am besten einmal noch hier eure PDF runter. Und dann könnt ihr vielleicht sogar noch an Gewinnspielen teilnehmen. Ich sage euch dann nochmal auf Instagram Bescheid, falls es da was gibt. Aber Freunde, bitte füllt das einmal aus. Ihr habt es gesehen, es dauert nicht lange. Es ist unglaublich wichtig. Setzt euch einmal ein paar Minuten hin. Wenn ihr euch jetzt einfach an meine Anleitung und an die Anleitung von SafeHour Shisha haltet, dann ist das Ding wirklich in 5 bis 10 Minuten abgehakt. Nehmt euch die Zeit, füllt das einmal aus, schickt das Video weiter an alle eure Freunde, die auch Wasserpfeife rauchen. Ansonsten könnte es sein, dass es das für dieses Hobby war. Und das wäre für mich auf jeden Fall geisteskrank traurig. Kurz fürs Angucken. Hoffentlich das nächste Mal wieder mit einem schöneren Video.